... und bestattet ihn. Zögert nie, das Richtige zu tun. Zögert nie, das Richtige zu tun. Als ich ihn der eisernen Horde ausgeliefert habe. Ja, ich habe Agarren töten lassen. Ihr seid als nächstes dran. Ich bin hier nicht der Verräter. Der falsche Prophet Velen hat sein Volk verraten. Jetzt diene ich unserem wahren Meister, der Legion, deren Ruf ich mich einst widersetzte. Mein Meister Sargeras wird diese jämmerliche Welt verschlingen wie zahllose andere. Ich habe das Sakrament empfangen und meinen neuen Namen erhalten. Zogretar! Wir sind nach anderen zu Diensten. In Shadrath und auch in Dune. Genug! Bei unseren nächsten Treffen spielen wir nach meinen Regeln. Sagt den übrigen Exarchen, dass ihre Tage gänzen. Ich würde meine eigene See... ... ... ... ...